als maus ich weiß es nicht ich weiß es nicht so ich hab hier noch was holz so dann benutzt dieses holz einfach direkt mal um daraus labs zu machen zack zack so lege ich eins runter okay dass ich hier für die slabs gemacht habe war ungünstig aber ist jetzt auch egal so jetzt sieht ja schon langsam diesen kapsten okay jetzt habe ich gerade einen kleinen shop komm aber passt schon so zack so weg damit dann ist noch hier hoch tja ja und dann machen wir hinten so eine art wand ich ziehe jetzt mal zuerst den da oben so und da und da hier lang so hier ist komplett zu 1 2 3 1 2 3 warst du das ernst? Moment, nein oder? ich bin nicht gerade Tatsache Tatsache das war's Tja das war's Tja das war's am Urgut das wir hatten man sieht jetzt aber hier so die Form dann geht's dann geht's dann geht's nach hier unten ich hab da ein Teil mit Ex so kurz B gucken ich habe nein da unten muss ich gucken Entschuldigung so oh ich hab hier wirklich alle Diamanten so so ich sehe den Zombie übrigens so tot habe ich auch Blumen genug ich glaube nicht dass sie als Blumen zählen Pilze vielleicht ähm ja sonst habe ich hier noch die Pflanzen aber ich weiß wirklich nicht ob die als Blumen zählen ich glaube nämlich eher nicht egal ich geh mal raus und so gut auch ein paar Blumen und ich muss niesen und ich muss niesen und ich habe es aber auszuhalten weil ich gut bin aber wenn die ganze Nase drückt jetzt gerade oh kennt ihr das? wahrscheinlich kennt ihr das wacht hab ich nicht einen Eimer noch irgendwo hier wie ich hab keinen Eimer krass alter ich hab keinen Eimer Leute ich bin arm ich kann mir nicht mehr einen Eimer leisten so zack dann geh ich jetzt mal nach einem Eimer suchen ähm nach Pflanzen suchen Pflanze 1 ähm ne hier ist keine Pflanze mehr Pflanze 2 ähm da unten Pflanze 3 und das hier im Schneebio 3 Pflanzen ging doch halbwegs schnell Pflanze 4 Pflanze 5 so so Pflanze 6 Pflanze 6 Pflanze 6 Pflanze 6 Pflanze 7 Pflanze 6 Pflanze 7 ich hab nicht das Gefühl geile Sache ähm okay dann Verbrannte Garten Ach, sah krass aus, ob das ein Zombie verbrennt, aber das ist ein Chocobo, lol. So, dann nehmen wir uns hier kurz Wasser, sehen und endlich die Quelle, zack, zack, hab ich vergessen, dass die Erde drum sein muss. Keine Erde dabei, dann schaufle ich eben kurz Erde. So, und ich mach das kurz hier. Ich glaub, es reicht aber auch schon. Ich mein's mit den Pflanzen drumherum. Ich mein, das werden wir jetzt auch erfahren. Pflanze 1, Pflanze 2, Pflanze 3. Okay, dann werden wir jetzt noch weiterfahren, ob's mit Setzing funktioniert. Pflanze 4, Pflanze 5. Tut's nicht. Grundunbekannt. Wahrscheinlich irgendwas im Mikro, wo ich's nicht wusste, dass es gibt, so ne Art und Regel. Pilze. So, bei Pilzen bin ich mir eigentlich... Nö, nichts passiert. Woran's auch jetzt immer liegt. Hab ich nicht noch eine andere Pflanze dabei? Ich glaube, du zählst nicht ganz als Pflanze, aber ich kann's probieren. Ne. Oh, ist schon Nacht geworden in der Zeit. Okay, das ist irgendwie krass und viel zu schnell. Hm. Oh, ich bin nur weit zum gelaufen. Ich dachte, was wird's hier so hell? Nicht, dass hier ein Creeper explodiert. Aber das passiert mir so oft, dieser Schock hier im Schnee. Sollte ich mich jetzt eigentlich mal langsam dran gewöhnt haben, oder? Ja, und dieses Bum habe ich mich zwar nicht erschrocken, aber ich frage mich immer noch, was das ist. Da, komm mal hier, sind jetzt plötzlich die Blumen da. Gerade eben sind die nicht gespawnt, als ich die abgebaut hab. Egal, ich probier's ja mit den Blumen jetzt. Kastebeats, Harmonie Drums, läuft jetzt. So. Zack. So, du. Ernsthaft? Wahrscheinlich hast du das Problem mit den Pilzen. Kacke. Tja, dann muss ich mir wohl doch anderwaltig irgendwie das Zeugs besorgen, die Pflanzen. So. Okay, blöd, aber okay, aber okay. Ähm, ich brauche eh erstmal Holz. Ohne Holz kann ich nicht weitermachen. Hätten bekomme ich keine Pflanzen mehr. Das... Nein, ich war auch kein Bock zurückzulaufen. Der Weg ist viel, 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 viel zu lang. Das heißt, ich glaube, das ist eher in die andere Richtung. Vielleicht bin ich auf dem Weg ein paar Pflanzen und ein paar Bäume. Und mal gucken. Aber ich weiß keinen Bock, den ganzen Weg in das alte Lager zu laufen. Tut mir leid. Ich bin oft genug da. So. Aber... Aber... Ich glaube, das ist einfach weiter. Vielleicht finde ich wirklich noch irgendwo Pflanzen. Guck mal ein Bug. Geil. Ich kann sogar noch draufstehen. So. Hm, ja. Ich will dich gerade nicht kämpfen. So. Warum ist da ein... Ich gehe jetzt mal da hinten genauer erkunden. Nein, ich gehe zuerst das da hinten abholen, wenn da schon sowas in der Nähe einschlägt. Dann darf man sich das auch mitnehmen. 1,2,3,1. Starpiece. Juhay. So. Und was gibt es hier so? Skelett. Okay. Du bist kein Pirat oder sowas. Hm. Okay. Ich dachte, ich hätte gerade eben noch was cooleres rumlaufen sehen. Cooleren Gegner. Das ist ein großer Tower, bei dem ich doch gar nicht war. Okay. Bei dem ich befürchte noch nicht gewesen zu sein. Aber möglich wäre es dann doch. Das ist ein großer Tower, bei dem ich doch gar nicht war. So. Hier sind noch Pflanzen. Und ich glaube, mit denen habe ich es dann noch endgültig geschafft, das Portal dann zu öffnen. Ja. Ich habe gerade den Fall gesehen, als es mich getroffen hat. Bisschen zu spät, aber egal. So. Ah, da unten hat man gerade so einen Grafikpack gesehen. Okay. Hier war wieder Redstone. Und ich will hier erstmal zu den Pflanzen auch. So. Aber da kommen keine richtigen Pflanzen raus, sondern irgendwelche Samen. So. Jetzt gerade habe ich ganz kurz Mikrofon gemütet. Es scheint, ich habe die Geräusche am Mikrofon gehört, wie ich es ausgestellt habe. Denn ich muss den listen. Und zwar sehr plötzlich. Oh, meine Narbe. Der ganze Körper zuckt noch so in diesem Niesen so. Kennt ihr das? So, ich habe jetzt aber genug Pflanzen. Damit komme ich jetzt endlich an Holz heran. So. Und ich hoffe, ich bin ein bisschen weiter weg vom letzten Ort. Vom letzten anderen Twilight Forest. Wegen neuem Holz und so. Wobei, wenn ich beim Namen bin, also beim selben bin, wäre das dann doch wieder cool. Weil ich da halt sozusagen schnell reisen könnte. Also wenn das irgendwie direkt in der Nähe wäre. Kacke wäre, wenn es dasselbe wäre. Und wie beim Portal irgendwie beim zurück teleportieren, wenn ich an einem Ort bin. das passiert hier leider auch oft genug. Wieso kann ich das hier nicht pflanzen? Okay, ich fühl mich verarscht. Wissen, was ich jetzt mache? Ich nehme die hessischen Pflanzen alle mit. Ich mache jetzt Sachen weg, mit denen ich nichts anfangen kann. Und baue sozusagen mein eigenes Erdloch nach hier unten. Eingefroren wahrscheinlich. Ganz vergessen. Kacke kann ich gar nicht aufbauen. Egal, probiere ich es doch nochmal so. So, wenn ich nach hier wirklich die Sachen setze. Wirklich drumherum. Vielleicht klappt das ja diesmal. Ne, ich habe auf diesem Block einfach nichts setzen zu können. Grundlos. So. Aber ich probiere es jetzt trotzdem hier nochmal so was zu machen. Vielleicht klappt es ja hier besser. So. Ich brauche jetzt so die Kurzvariante sozusagen davon. Iris. Da kann man mit Blumen nach. Na, hier passt keine irgendwie hin. Vielleicht eine andere Art von Blumen. Orchideen. Nö. Ne. Passt nicht. Keine Ahnung wieso. Vielleicht ist die Belichtung einfach nur zu dunkel. Fällt mir so gerade dabei auf. Probier es aber nochmal. Hier ist ja noch heller. Und jetzt nehme ich hier die Fackeln. Okay, das da reinzusetzen war natürlich blöd. Und das ist hier grundsätzlich was heller. Doch, das war die Belichtung. So. Und mal gucken ob ich vom Blitz getroffen werde. Nix passiert. Ja, wahrscheinlich weil der Blitz auch gar nicht dran kommt. Der Blitz ist ja da oben, wenn dann. Egal. Ich probiere jetzt erstmal nochmal drum herum wirklich was zu bauen. Hosen noch. Eins. Zwei. Mehr kann ich jetzt wirklich nicht tun. Ey. Was ist denn hier? Okay. Ich habe mich gerade gefragt wo der Blitz bleiben ist. Oh, jetzt ziehe es mir durch die ganzen Finger. Tuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttutt lädt nicht nur kurzen schluck zu trinken fertig mit laden verdammt so das haben wir schon zu trinken und ich sehe die punkte auf der map entweder heißt es erst das feite portal oder komplett anders so ich sollte mir hier eigentlich ein portal also eine position setzt mir merken was ist irgendwie